und gut Leute, es gibt auch Spiele, die ich tatsächlich dann zum Beispiel mit 1280x27 aufgenommen habe weil sie so alt waren, dass sie zwar schon 1280x27, also auch schon 16 zu 9 angeboten hatten aber noch keine 1920x1080 das habe ich dann einfach hochskaliert muss sich nicht strecken, ist bloß einfach hochskaliert ich finde, es macht absolut gar nichts wenn man es hochskaliert, dann wenn man das unbedingt in der Originalgröße ansehen möchte dann kann man auch einfach das Fenster dann kleiner machen oder was weiß ich nicht alles und dann wird es sowieso runterskaliert, wenn man es in einem kleinen Fenster nebenbei ansieht, dann ist es auch egal es gibt ja nur Unterschiede, wenn man das Seitenverhältnis ändert und wie gesagt das ist, bei den Spielen früher ist das automatisch passiert ich glaube nicht, dass ich da etwas einstellen musste wenn doch, dann irre ich mich aber ich glaube nicht und habe es ja trotzdem im Vollbildmodus gesehen, Leute möglich, dass es in einer anderen Auflösung war klar, aber das habe ich dann einfach auch wieder hochskaliert so, dass ihr es eben genauso gesehen habt wie ich und extra dann die Bildschirmauflösung zu ändern für jedes Spiel, das ich dann spiele mache ich auch nicht, Leute mein Bildschirm bleibt auf 19, 20, 20, 80 genau und deswegen habe ich dann einfach weil ich das früher schon immer skaliert habe aus diesem Grund das war einfach dann im Blut drin, Leute ich habe diese alten Spiele immer skaliert ich habe den PC gespielt habe weil ich sie eben skaliert gesehen habe und als ich dann angefangen habe auf der Konsole aufzunehmen und dann diese schwarzen Ränder hatte beziehungsweise den Rand vom Super Nintendo dann habe ich das einfach auch skaliert, Leute und gestreckt damit es das ganze Bild ausfüllt und ich muss sagen mich hat das ehrlich gesagt auch nie gestört ich sehe mir auch jedes ich lade das ja nicht einfach nur hoch, Leute ich sehe mir jedes einzelne Video ausnahmslos an wenn ich es hochlade denn ich möchte ja auch wissen was passiert in dem Video ich habe es zwar aufgenommen aber das ist die ganze Aufnahme, Leute das habe ich ja dann geschnitten in kleine Teile, in die Videos und dann muss ich ja wissen was passiert in diesem einen Video nicht was in der ganzen Aufnahme alles passiert ist sondern was passiert konkret in diesem einen Video dann sehe ich mir das halt auch an und mal abgesehen davon dass ich mir meine eigenen Videos auch gerne ansehe das mache ich auch gerne ja und dann habe ich das halt laufen, Leute meistens programmiere ich nebenbei dann ist das Fenster halt so wirklich kleines also dieses Pick and Pick ist das immer Picture and Picture Modus ist halt unten rechts habe ich das ist dann so ein kleines Fenster ich glaube das sind auch nur so so könnten 640x480 tatsächlich sein wird das runtergelebt das unten ein bisschen zu sehen und dann sehe ich mir das an nebenbei programmiere ich und wenn ich irgendwas Interessantes höre was ich da sage dann irgendwas wo ich sage das möchte ich vielleicht irgendwann wieder finden dann schreibe ich mir das für das Video auch als Tag rein man kann für ein Video einen Text auf YouTube erstellen Leute dann schreibe ich mir da die Tags auf speichere die möchte natürlich auch versuchen ein Hauptthema für ein Video oder irgendwas relativ Spannendes in dem Video zu finden wo ich dann den äh den ähm na Titel und das Thumb entsprechend herausfinden kann für dieses eine Video und ja ich sehe mir jedes Video an sogar jedes Minecraft Video und äh auch die gestreckten Videos habe ich mir alle angesehen und das hat mich ehrlich gesagt nie gestört dass das gestreckt war ich glaube schwarze Ränder würden mich weitaus mehr stören privat jetzt deswegen tendiere ich persönlich mehr dazu Leute es weiterhin zu strecken und nicht das originale Seitenverhältnis zu machen ähm aber ich würde tatsächlich auch gerne eure Meinung wissen ähm die Meinung von den Leuten im CircuitBot ist klar Leute die ähm werden die sind alle dafür oder fast ausnahmslos alle dafür ähm dass das das Original-Seitenverhältnis definitiv besser ist und das andere einfach ein No-Go und absolut nicht geht und ja Augenkrebs und sowas und mich würde aber eure Meinung interessieren Leute und ich mache meine Videos nicht für die Leute im CircuitBot sondern für meine Zuschauer gut könnten natürlich auch Zuschauer im CircuitBot Forum haben also ich könnte welche haben aber ähm die zählen dann halt auch zu zu meinen Zuschauern zähle ich die dann dazu und äh für die Leute im CircuitBot Forum die meine Videos sowieso nicht sehen mache ich das auch nicht ähm denn warum soll ich es dann für die ändern wenn sie es eh nicht ansehen denke ich mir ich ändere es wenn dann nur für die Leute also für euch wenn ihr es euch auch anseht und da würde mich jetzt mal interessieren was ist eure Meinung seht euch das doch mal an Final Fantasy vielleicht mal eine Folge gestreckt und dann auch vielleicht mal eine Folge nicht gestreckt also im originalen Seitenverhältnis und dann schreibt mir doch mal egal ob in Final Fantasy oder hier äh oder schaut euch auch eins meiner älteren Let's Plays an oder Let's Retros Arena oder Pokémon oder sowas und seht euch das vielleicht auch mal auf einem anderen YouTube Kanal an der es tatsächlich nicht streckt sondern im originalen Seiten Final Fantasy vielleicht mit schwarzen Rändern oder sonst was am besten mit schwarzen Rändern denn alles andere mache ich nicht das könnt ihr dann schlecht vergleichen ähm aber seht euch das vielleicht mal woanders an äh was euch da besser gefällt zum Beispiel Morrowind ist Morrowind habe ich glaube ich tatsächlich sogar nur nur skaliert nicht gestreckt weil das habe ich glaube ich 1280x27 aufgenommen aber ähm Arena und Daggerfall müssten glaube ich 640x480 gewesen sein oder Link to the Past The Legend of Zelda oder The Legend of Zelda das originale erste Teil oder oder The Legend of Zelda 2 The Adventure of Link müsste auch alles skaliert sein seht euch das vielleicht mal im Original an 1,2 Folgen und also mit originalen Seitenverhältnissen und dann bei mir 1,2 Folgen macht euch eine Meinung Leute was euch besser gefällt und dann würde mich mich freuen wenn ihr sie schreibt wenn die Mehrheit von euch tatsächlich für ein originales Seitenverhältnis ist Leute mit schwarzen Rändern dann würde ich tatsächlich ja würde ich tatsächlich äh ach man jetzt komme ich gerade durcheinander irgendjemand ruft mich an aber das ignoriere ich da rufe ich später zurück ähm wo war ich gerade ach genau wenn die Mehrheit von euch äh dafür ist dass das originale Seitenverhältnis besser ist als das gestreckte Seitenverhältnis dann wäre ich tatsächlich bereit und würde auch zukünftige Spiele nicht mehr gestreckt skalieren sondern nur noch hoch skalieren dass sie halt den Bildschirm komplett ausführen also auf 12 äh mit schwarzen Rändern im originalen Seitenverhältnis aber trotzdem noch 1920x1080 und so dass das Bild halt mittig ist ich glaube bei Final Fantasy war das Bild äh nicht ganz mittig die Aufnahme die ich gemacht habe ich glaube die waren um 10 Pixel zu weit nach links aber da dachte mir egal das ist jetzt eh nur zum Test die 10 Pixel wenn ich das übernehme dann kann ich die immer noch nach rechts schieben oder so 5 Pixel nach rechts damit es wieder mittig ist egal ähm ja würde mich mal interessieren was eure Meinung ist schreibt das einfach mal dazu und ja bin mal gespannt und auch wenn ihr denkt ach die anderen schreiben das schon Leute schreibt das bitte denn wenn die Leute das ist sehr kaputt warum meinen Kanal bombardieren und alle schreiben ja ich soll das Originalseiten weil das machen dann geht ihr leider unter und das finde ich schade also bitte jeder Zuschauer jeder von euch der hier seht äh hier zusieht bitte alle ich mach das selten Leute dass ich einen Aufruf mache aber bitte schreibt alle in die Kommentare was euch besser gefällt denn ich möchte eure Meinung hören die Meinung meiner Zuschauer nicht der Meinung der Leute aus dem Circuitboard Forum und natürlich können die die Meinung auch schreiben ist natürlich klar vor allem wenn ihr Zuschauer von mir seid aber in erster Linie möchte ich wie gesagt die Meinung von euch von meinen Zuschauern wissen Leute von euch schreibt das bitte in die Kommentare auch wenn ihr sonst nie einen Kommentar bei mir schreibt oder bei irgendeinem YouTuber sonst in die Kommentare schreibt bitte Leute schreibt mir einen Kommentar schreibt mir eure Meinung was euch besser gefällt denn das möchte ich tatsächlich wissen es beeinflusst ja auch alle künftigen äh Spiele die ich mache die ich ansonsten skalieren würde oder eben dann ansonsten äh nicht mehr äh strecken würde oder eben dann nicht mehr strecken würde also das ist schon wichtig also bitte schreibt da und ja ich glaube mehr habe ich da jetzt auch nicht zu sagen deswegen würde ich sagen ist das jetzt beendet also und das Thema und ich bin gespannt welche Kommentare was eure Meinung ist bin ich gespannt und wie gesagt ich habe das auch kurz ähm Final Fantasy Stream angesprochen ich glaube ich werde es auch im nächsten Stream vielleicht ansprechen zumindest Leute zumindest wenn ich oh sehe ich schon vier Seros im Blätter zumindest wenn ich Minecraft oder sowas irgendwas wo man gut reden kann dann werde ich das glaube ich auch machen das müsste auch hier sein ja genau so jetzt habe ich tatsächlich eine halbe Stunde da philosophiert so der wäre noch nicht mal voll aber egal ich finde das so auch schön so Leute dann spielen wir jetzt Minecraft mir fehlt irgendwie Holz und hier fehlt mir auch was Gerüste ah Holz und Gerüste okay da habe ich kein Holz mehr drin und hier hätte ich ja nur Wirr und Kamesinholz und ein bisschen Birke mache ich dann ein bisschen Birke weißt du was Leute ich glaube ich gehe einfach zurück und hole mir ein bisschen was ich packe das jetzt mal rein und hole mir was von vorne aber was ich auch baue sind Gerüste die habe ich hier irgendwo da es ist schon wieder dunkel so dann hole ich mir jetzt von der Försterei Holz Leute und den Rest den ich da hole den bringe ich auch gleich wieder in die Schmie in den Steinbruch zum Holzkohle machen so irgendwie ruckelt es immer noch ich finde das schön dass hier so viele Bienen sind wir einfach abhauen ich hoffe die fliegt wieder zurück so also was haben wir Holz fangen wir hier an Leute alles Holz was wir haben und was wir hier finden fühlt sich das an als wäre hier irgendwo ein Gegner naja vielleicht auch Holzbretter ich glaube Holzbretter nehme ich auch mit habe ich hier noch Holzbretter nein ähm nein okay okay so habe ich irgendwo noch angefangenes Holz hier habe ich angefangenes Holz dafür nehme ich den damit und hier habe ich angefangenes Holz dafür nehme ich den damit so da packe ich jetzt dann alles bis auf eins in den Ofen Leute unter das wo wir meisten haben Moment mal eigentlich möchte ich gar nicht alles in den Ofen werfen Birkenholz wäre zum Beispiel zu Schal hm da würde ich mich nicht so viel Birkenholz kriegen wie von dem anderen bei Eichen gibt es große Bäume Schwarzeichen sind auch ja mittelgroß von denen wir passt das Fichten sind groß ein guter Karzin kriegen wir jetzt auch nicht so viel aber mehr als bei Birken Tropenbäume sind groß ja genau man alles Fichten haben wir am wenigsten also Fichtenholz wird nicht reingepackt Leute vielleicht Akazienholz auch nicht aber Tropenholz kann man reinpacken Leute und Fichten ich habe hier sowieso Fichtenholz bretter dann machen wir das gleich so Leute so okay die beiden räume ich auf so irgendwie glaube ich aber dass ich das Holz gerade falsch reingepackt habe oh nein oh nein ich glaube ich habe das Holz falsch reingepackt ich muss es wieder zurück bringen äh zurückholen aber erst räume ich das hier auf ich bin ja eh gerade hier ich muss sofort wieder zurück denn ich glaube ich habe das Holz da reingepackt wo die Kohle eigentlich reinkommt das wäre nicht schön das Holz muss ja eigentlich da rein ist auf Stein und ich habe es ich habe es da reingepackt Leute es müsste eigentlich hier rein so da sind ja sowieso Trichter holen wir uns das Holz wieder und die kommen von da unten glaube ich eigentlich würde ich einfach den da raus nehmen ok ok der hat aufgehört es wird tatsächlich schon hier irgendwo reingepackt Leute ok jetzt haben wir alles hoffe ich wenn ich irgendwas übersehen habe dann haben wir halt Pech gehabt so und das wird jetzt gebrannt Leute und dann kriegen wir jetzt hier Kohle Holzkohle und die können wir beim nächsten Mal dann da rein wieder in den Holzkohle Schacht packen ok dann sehen wir mal nach Leute was machen wir heute so wir haben eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn sechzehn siebzehn achtzehn neunzehn zwanzig einundzwanzig zweiundzwanzig dreiundzwanzig vierundzwanzig fünfundzwanzig sechzen sieben 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 achtundzwanzig punkte so was wird es werden Leute es ist die neunzehn eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn sechzehn siebzehn achtzehn neunze die Tintenfisch Farm ok Leute ehrlich gesagt weiß ich gar nicht ob ich die Tintenfisch Farm machen möchte also die ist eventuell obsolet denn eventuell kriegen wir beim der Wächter Farm auch Tintenfische wir haben ja schon gesehen dass in der Wächter Farm äh nicht Leuchttintenfische spawnen können jetzt wo die Wächter dauernd nach unten fallen in das Loch und ich glaube auch dass normale Tintenfische dort spawnen können wenn da schon Leuchttintenfische spawnen können und auch in die Falle fallen können das heißt in meinen Augen sind momentan Tintenfisch Farm und Wächter Farm derselbe Punkt Leute aber ich lasse ihn mal noch drin das heißt die Wächter Farm hat tatsächlich eine doppelte Wahrscheinlichkeit genommen zu werden denn ich weiß noch nicht ob es auch wirklich so ist ich würde jetzt die Wächter Farm gerne tatsächlich erst mal äh in Betrieb nehmen und dann wenn wir dann das mal ein bisschen mal laufen haben und vielleicht mal eine Doppelkiste voll haben sehen wir ja was kriegen wir alles an an Kabeljau von den Wächter von den Wächtern an an Presmarin Scherben von den Wächtern an Leuchttintenbeutel von Leuchttintenfischen und an Tintenbeutel von Tintenfischen und dann können wir ja sehen wir ja ob das in Ordnung ist und die Wächter Farm als Tintenfisch Farm auch geht Leute dann würde ich die Tintenfisch Farm streichen so das heißt wir machen heute bei der Wächter Farm erstmal weiter wenn das so nicht funktioniert Leute dann muss die Tinten muss trotzdem eine eigene Tintenfisch Farm gebaut werden so